Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Minecraft Revolution mit dem MrRainbowLP, hallo. Hallo, ja und herzlich willkommen von mir. Das ist hier so ein Server, ja, und er zeigt mir jetzt mal ein Grundstück. Also wie gesagt, das ist hier jetzt der Marktplatz, meine Damen und Herren, Neta-Portal, kennst ja vielleicht schon da Farmwelt, hier auf jeden Fall jetzt das neue Rathaus und die Kirche halt. Du bist halt offiziell dabei und Minecraft Revolution ist eine Art Minecraft Leben. Wir hatten das auch schon mal so, also ich und meine Freunde. Achso, also hast du schon Erfahrung. Also jetzt, wir haben das nicht mit aufnehmen oder so gemacht, sondern aber einfach auch so. Könnt ihr das Haus hier schön anbieten, dieses kleine hier? Kann ich ja mal. Das geht da unten, aber du willst natürlich sehr wahrscheinlich selbst bauen. Ja, aber für den Anfang kann ich da erstmal das hier nehmen. Ja, wenn du es haben willst, dann kannst du das dann an deinen Haushalt später. Oder willst du lieber sofort eins bauen? Wir können erstmal kurz reingehen und gucken. Kannst halt, die Sachen darin werden sowas schon dir gehören. Ja, ja. Das ist also auf mehrere Etagen gebaut. Ja, das könnte man dann ja auch noch was anderes hinbauen oder so. Ja, ja. Du kannst auch noch tiefer bauen. Ah ja. Das kann ich nehmen. Also du kannst auch ein eigenes bauen. Nein, nein. Das geht schon. Also ich kann ja hier auch das dann irgendwie umbauen. Du kannst umbauen, also musst gucken, wie das passt. Du kannst natürlich noch tiefer bauen, wenn du eine Farm bauen willst oder so. Auf jeden Fall hier nehme ich jetzt noch einen Supermarkt drunter im Berg. Achso, hier drunter? Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich muss nochmal gucken. Es geht da ein bisschen weiter rein. Das musst du einfach so gerade, wie das ist, also von der Räumigkeit so bauen. Ja, okay. Dann mache ich das so. Das siehst du ja dann. Und wir sagen, das ist ein sehr schönes Häuschen hier bei der Nähe vom Marktplatz. Du kannst dann auch hier schon eine Tür reinsetzen und das hier zumachen. Ich kann aber solche, wenn ich jetzt mal Holz hier rein. Ja, das passt schon. Das kann ich dann. Ich mache das mal kurz fertig. Die Truhen sichern. Also einfach ein Schild an die Truhen setzen und dann kann man das keiner mehr öffnen. Ja, ja. Du musst halt dich so bücken damit ein Schilder so draufklingen. Okay, ja. Gut. Und dann deine Tür musst du das halt dann auch machen und dann da draufschreiben. Private. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Auf jeden Fall. Das Grundschutz muss dann bei Recker LP abzahlen. Du kannst in die Farmwelt dich bewegen oder wo du halt jetzt hin möchtest. Soll ich hier noch ein bisschen rumführen? Da kommt der Chef auch. Der Bürgermeister. Die Farmwelt ist in diesem weißen Haus da? Nein, daneben. In dieser Höhe. Also weiter rein. So gut. Auf jeden Fall. Das Gas muss dann abgezahlt. Ja, das werde ich machen. Und dann halt, wie gesagt, kann ich. Ja, also du wahrscheinlich kennst das schon, wie es sich so ungefähr aussieht hier. Ja, so ein bisschen kann ich das. Ja. Und wenn du Fragen hast, kannst du dich dann halt immer an Recker oder mich wenden. Ich will den ja noch in die Skype-Gruppe hinzufügen. So, Farmwelt ist hier. Okay, zwei Eisen pro Tag kostet das. Farmwelt ist weg. Achso. Ah, okay. Momentan aktiv. Dafür gibt's den Neta. Also man muss halt hier in der Welt Farm gehen. In der Kunden und so. Naja, kannst halt hier, dich da hinten im Wald. Und wie gesagt, wenn du hier Bäume abbaust, am besten tust du Setzlinge neu setzen. Ja. Versuchst du noch die Bauspitz mit abzuholzen. Oder hast du jetzt noch irgendwelche Fragen, die du unbedingt wissen willst? Nein, das ist schon okay. Aktiv spielen wäre ganz gut. Ja. Und wie gesagt. Na, hier unten ist es noch nicht. Sonst haben wir da. Ja, da unten bei dir im Haus. Und wie gesagt, du kannst halt immer ganz nach unten bauen, wie du willst. Auch in der Größe der Räume ungefähr. Ja. Du kannst halt noch eine Farm bauen oder sowas halt, wie du möchtest. Ja, sowas in der Art. Muss ich auch schon gleich off gehen. Ja, dann. Würde ich schon mal deinen Zuschauern Tschüss sagen. Ja. Auf jeden Fall. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Ja, vielen Dank. Bitte dann, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao Leute, das war es jetzt auch schon mit der Folge Revolution. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen Holz holen, mir vielleicht ein bisschen Essen besorgen, weil hier auch überall Hühner sind. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.